Willkommen bei Entsorgung und Recycling Stadt Bern. In der Stadt Bern sammeln wir Kehricht und Wertstoffe getrennt. Mit unseren Tipps trennen Sie richtig, denn das ist wichtig. Sperrige Gegenstände wie grosse Möbel, Matratzen oder Teppiche holen wir auf Bestellung bei Ihnen zu Hause ab. Der Abholdienst ist kostenpflichtig. Oder Sie bringen die Gegenstände in den Entsorgungshof. In die Altglassammlung gehören Glasflaschen und Einmachgläser. Andere Glasprodukte wie Kristallgläser, Fensterglas, Glühbirnen und Keramik geben Sie in den Entsorgungshöfen ab. Die Glasflaschen und Einmachgläser können Sie an den Sammelstellen in den Quartieren einwerfen. Entfernen Sie die Deckel und entsorgen Sie diese separat. Sie können sie in der Büchsen- und Alusammlung entsorgen. Dort hinein gehören auch Konservendosen, Alufolie oder Jogurtdeckel aus Aluminium. Achten Sie auf das Alu-Recycling-Zeichen. Auch reine Metalle wie Schrauben oder Besteck können Sie so entsorgen. Ihren gesammelten Büchsen- und Aluabfall sowie kleine Metalle können Sie an den Sammelstellen in den Quartieren entsorgen. Bringen Sie grössere Metallteile, die nicht in die Sammelstellensäule passen, in den Entsorgungshof. PET-Getränkeflaschen werden nicht im Hausgericht entsorgt, sondern für das Recycling separat gesammelt. Nicht dazu gehören PET-Flaschen für Öl, Essig oder Kosmetika. Diese können Sie in einem Laden entsorgen. Auch Ihre PET-Getränkeflaschen können Sie dort entsorgen. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten haben Sie an den Quartiersammelstellen oder in unseren Entsorgungshöfen. Kunststoffflaschen mit Deckel für Waschmittel, Putzmittel oder auch Milch werden separat gesammelt. Hingegen werden Plastikverpackungen für beispielsweise Obst, Fleisch sowie andere Plastikgegenstände im blauen Gebührensack entsorgt. Die gesammelten Kunststoffflaschen können Sie in unseren Entsorgungshöfen oder an den Entsorgungsstellen in den Lebensmittelläden entsorgen. Das ganze Entsorgungs-A, B, C und andere Informationen finden Sie auf unserer Website www.bern.ch.entsorgung oder besuchen Sie unsere Social-Media-Kanäle. Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Hashtag gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt? Gibt's gesorgt?